Hallo, ich bin der Max und ich zeige euch heute die PA-Anlage ES503 von Dibi Technologies. Die Kollegen Dirk Wedell und Dieter Michels vom ProSound Magazin haben auf ihrem Außengelände diese PA schon ausgiebig getestet. Normal testen die da eher große PA-Anlagen, aber für uns haben sie da heute mal eine Ausnahme gemacht. Die DB ES503 hat einen sehr guten Abstrahlwinkel und kann den Sound auch seitlich der Boxen gut wahrnehmen. Sie ist ausreichend für stadtfeste und kleine Locations. Mit der doppelten Ausführung lassen sich auch größere Events bescheiden. Die Anlage ist aktiv, ein System bringt 1000 Watt und kostet rund 1300 Euro. Eine kleine Besetzung kommt dank der drei Eingänge auch ohne zusätzlichen Mixer aus. Der Klang der ES503 ist ausgewogen und differenziert. Die Bassübertragung ist gut, aber natürlich besser bei geköppelter Anlage. Ein System ist geeignet für DJs, Alleinunterhalter, Singer, Songwriter und mit einem gekoppelten System kann auch schon eine kleine Band übertragen werden. Wie ihr gesehen habt, lässt sich die PA-Anlage super schnell in einen Kleinwagen packen. Die ganze Anlage klingt extrem laut und trotzdem noch total ausgewogen. Wenn ihr mögt, könnt ihr die Anlage einfach verdoppeln, miteinander verbinden. Dann habt ihr natürlich richtig Dampf und könnt eine ganze Band verstärken. Das war's von mir, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.